ich fahre noch ein 914 mit zwei löffeln und anbauverdichter und den bringe ich rüber nach lublexhaven gott war ja schon lange ich glaube der erste bagger vorne ist ein 914 lade ich jetzt schnell und dann adresse krieg ich gleich gesagt und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Komm her! Komm her! Komm her! Ich mach eine! Komm her! Komm her! Dank nicht! Komm her! Komm her! Geht? Komm ich durch? Komm her! Gut! Gut! Vielen Dank. 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 Es gibt alles Wohnungen, die ganzen alten Gebäude werden saniert. Das ist dahin auf der rechten Seite, wo man gleich sieht, dass hier rechts lang geht. Das kommt noch weg. Ich hoffe mal wieder ein Bagger hier. So, 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 so. So, 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 so Ah, wasser. Ah, wasser. Ah, wasser. Ah, wasser. Ah, wasser. Ah, wasser lieber du bist, oder? So, nicht, nicht. Ja, ja, müssen wir erst durchlosen. Geht nicht an nichts. Geht nicht an nichts. Ja, was ist? Ich fahre wieder raus, fahre fein auf die Autobahn, fahre dann lauter weg drunter und fahre dann über die Bundesstraße. Ist doch noch. Ich fahre die Autobahn über Landau. Ja. Hier fahre ich nicht mehr, da muss ich einfach durch den Wald fahren. Schau mal, da kann ich auch noch halten. Ja. Dann fahre ich noch gut. Das ist doch gut. Ich kann schon, aber muss ich nicht. Links rum, links rum. Hat er die Basen drauf? Ja, alle mal. Ja. 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 spotted. schon. Also Oh, oh, oh. Denk an mein Basen bitte. Ich hab's uns kenne! Danke! Du hast da weit der Reef kaputt kvar, du hast da die Fels kaputt kvar. Einfach stehen bleiben, weißt du? Ich fahr gleich wieder rechts rum raus. Ich würde sagen, es war genug Quälerei für diese Folge. Ich hab den 938 jetzt noch geladen, den fahr ich jetzt wieder nach Hauenstein an die Kirche. Aber das zeig ich euch dann in der nächsten Folge, wann bleibt die Kamera nicht stehen. Ja, danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund, macht Spaß, haut rein! Bis denn? Bis denn? Fools! Bis denn? Bis denn? Bis denn?